Jo, und da sind wir mal wieder heute mit dem guten Kentaro, heiho. Moin. Und wie man sieht, er hat seinen FPPMM-Mod und Add-on, also zu FPP ist ja FPPMM der Add-on. Und wie man sieht, er hat ihn geupdatet, woran sieht man es? Einfach nicht an den Ärzten, sondern die Namen für die Ärzte hast du ja nochmal verfeinert und verbessert, muss man ja sagen. Noch lustiger gemacht, muss man ja fast sagen, oder? Genau, ja, ich habe da einiges reingebaut in neuen Versionen, also ein paar neue Varianten, ein paar neue Namen, von denen etwas, dass es wieder etwas runderes Gesamtpaket gibt. Genau, weil ich habe zum Beispiel hier, das war schnell mal so eine kreierte Map, da habe ich Marskohleärzt, das gefällt mir schon mal, das ist so ein, ach, ist so ein Trecky-Fan oder Star Trek oder allgemein so am Weltraum Interessierten ist Marskohle, das hat schon was. Aber so richtig gefeiert habe ich, Moment, Trauerkupfererz, das war schon die Vorstufe, aber ich hatte noch, lass mich gucken, das war hier auch ganz in der Nähe. Hier, warte, hier war es. Seltsames schlafendes Eisenerz. Oh, okay. Dann lauf mal dahin, dann schauen wir uns mal an, was das ist. Klingt ja relativ unspektakulär. Ich meine, wieso, ich fand das genial, hier da. Seltsames schlafendes Eisenerz. Ja. Fand ich genial. Also, ich hatte da noch irgendwo hier einen ähnlichen Namen nochmal. Hier, des Läufers Goldkristall. Also, ich, ich, ich muss sagen, also die Namen sind sowas von herrlich. Äh, ich hatte irgendwo, du kannst ja mal deine Highlights nochmal erzählen. Äh, Highlights, ja, manche, also manche Namen sind, sind halt schon ein bisschen morbide. Also, ich hatte, äh, wie gesagt, einmal hatte ich Hamstermatsch. Hamstermatsch. Ja, Hamstermatsch, hier. Das betracht das dummes Kupferherz. Ah, ja. Da muss ich hingehen. Das dumme Kupferherz. Da dachte ich mir, wie geil bist du denn drauf, so einen Spruch hier mit reinzubringen, ey. Ah, hier, das, wir betrachten das Kupferherz und das sagt uns, wir sind ein dummes Kupferherz. Finde ich geil. Also, ich muss sagen, das hat auf jeden Fall was. Also, ich liebe diesen Wörter schon alleine wegen der Benennung, äh, der, der Erze hier. Und was mir auch noch aufgefallen ist, also ich hab jetzt hier auf der Map 555 verschiedene Erze. Diese Erze, äh, werden ja kreiert mit unterschiedlichsten Optionen. Also, das ist sozusagen wie so ein, von der Struktur her wie so ein Vanillaerz. Da kann man auch drüber gehen. Und dann gibt's hier diese Kristalle zum Beispiel. Da kann man nicht drüber gehen. Also, ich find auch diese unterschiedlichen Arten, wie du das designt hast, absolut gut und schick. Und vor allen Dingen, äh, was, glaub ich, neu dazu gekommen ist in der Version, sind diese Wurzeln, oder? Ne, die gab's schon vorher. Oh, dann hatte ich die bloß noch nicht so wahrgenommen. Ne, dann hattest du halt ne Seed erwischt, wo sie nicht drin sind. Ja, wahrscheinlich, ja. Ah, die sind natürlich auch ein Highlight. Also, ich kann hier kurz mal draufgehen, was es heißt, äh, 555 Erze zu haben. Hier hat man zum Beispiel die Wurzeln, zum Beispiel Fischkupferwurzel. Das ist auch so. Frischkupferwurzel, genau. Oder Frischkupfer, genau. Oh, so ein Name. Äh, dann gibt's die Kristalle. Und dann gibt's Harzverarbeitung noch. Das ist auch so ein Ding. Kohlekupferharz. Kriegt man das aus Bäumen, oder ist das, liegt das Erz wirklich so rum? Ähm, das ist wirklich ein Erz, das einfach so irgendwo so rumliegt. Okay. Also Bäume, Bäume hab ich noch nicht neu gemacht. Ich wollte das ursprünglich mit dieser Version machen, aber hab ich dann gesagt, ich will da mal eine neue Version erstmal rausbringen. Mhm. Ähm. Ich hab mir das so angeguckt, also Bäume sind wirklich sehr schwierig, ähm, neu zu designen in diesem Spiel, ne, und da muss man halt so gucken, mit den übernächsten, also mit der nächsten Version, die dann noch rauskommt, mach ich dann nochmal was Neues. Okay. Hier, das find ich auch einen tollen Namen, Magereis-Kristall. Magereis. Ja, das kommt, äh, das ist halt die, 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 die Eisohr-Mod, die, äh, spielt ihr da ein bisschen mit rein. Ja, also, muss ich, müssen wir mal sagen, äh, ich bin da so, hab da so ein Fähwild rum, äh, tut mir leid, das ist so mein Ding. Äh, ich find's auch toll, dass deine Flüssigkeiten, wenn die hier irgendwo sind, halt auch endlich sind, die haben auch eine Menge. Das ist das zum Beispiel, was mich in Vanilla nervt, dass, äh, das Öl unendlich ist. Man hat, wenn man, wenn man in Vanilla einen bestimmten, äh, Punkt erreicht hat, muss man sich gar nicht weiter ausweiten, weil das Öl unendlich ist und damit deine Energiequelle gesichert ist. und, äh, das bisschen, was du an Reparatur-Kids verbrauchst, das, das ist ein Witz. So, das heißt, du musst irgendwann dich nicht mehr erweitern. In Vanilla ist es dann höchstens noch das Wasser, wenn du, wenn du irgendeinen kleinen Teich nur hast und, äh, zu viel dran hast, dann ist der halt irgendwann weg. Aber ansonsten, also belegt und du musst dir irgendwo anders noch Wasser herholen. Aber wenn du den Eisohr mit dazu nimmst, ist es halt auch ein endliches Erz. Dann ist alles wirklich auf dieser Map dann sozusagen endlich und du bist gezwungen, dich nach einer gewissen Zeit zu erweitern. Genau, dazu, es gibt ja auch eine andere Mod, äh, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die macht, äh, die, ich glaube, Stanius Unlasting Oil, das sorgt auch dafür, dass die Ölquellen auch, äh, irgendein versiegen, ne? Ja. In Vanilla ist es ja so, dass die Ölquellen immer langsamer werden, aber nie komplett versiegen. Richtig, die gehen auf 0,1, äh, die Sekunde runter, aber dann ist Ende. Genau, und, ähm, und ich musste bei meiner Mod die halt endlich machen, weil auch sehr viele, ähm, flüssige Quellen, äh, am Ende auch Kupfer oder Gold oder ähnliches rausgeben, ne? Da kann er nicht unendlich viel Eisenerz rausgeben oder so, das ist, äh, zeig, wie gesagt, ich finde das absolut gut, wie gesagt, ich, ich will bloß gerade noch ein anderes Erz zeigen, was ich gerade noch gesehen habe, und zwar hier dieses chaotisch böses Titanerz. Oh, das ist, ich weiß, wir hatten, äh, das war auf Club in der Map, die ich mit dir zusammen angeguckt hatte, wo es Leichenöl gab und sowas, ne? Leichtöl, also Leichenöl und sowas, also Holzfäller-Titan gibt's hier zum Beispiel als Flüssigkeit. Ähm, wenn ihr, also was ich euch empfehlen kann, ich glaube, das siehst du ähnlich, also wenn ihr hier gefühlt mehr als 50 Erze macht, dann haut euch FNE mit drauf, äh, weil ihr seht sonst nicht mehr durch hier. Das sind die Erze. Die sind ja rein, also so ein bisschen auch organisiert, also wenn man halt, äh, mit der Maus auf ein bestimmtes Erz drauf hält, also jetzt, äh, in der Hauptspielgrafik, nicht auf der Map, sondern, äh, wenn man auf der Hauptspielgrafik, ähm, mit der Maus drauf geht, also nicht von der Map aus, ne? Dann, äh, wie, wie meinst du jetzt? Genau so jetzt, genau so, dass man halt so drauf guckt. Dann kann man auch sehen, was die Erze dann geben und eventuell welche Ansprüche sie haben. Wenn man zum Beispiel die Maus auf, äh, auf die Kristalle drauf hält, dann sieht man halt, ne? Das geht nur mit Mineraliensammlern genauso an... Da muss man auch sagen, Mineraliensammler sind halt auch neue, äh, Items aus deinem Mod, muss man vielleicht auch erwähnen. So neu sind die gar nicht Mineraliensammlern. Ja, aber die sind aus deinem Mod, die sind nicht sozusagen, ne? Weil viele, die die Motten nicht gespielt haben bisher, die kennen das noch nicht. Da seh ich, da seh ich ja ganz, ganz oben, äh, sind ja auch Platten, ne? Das ist auch ein Erz, das gibt aber auch schon seit, seit Version 1. Ja, hier, die Eisensteinplatten, genau. Die rücken, äh, direkt die Platten raus, die muss man gar nicht sortieren. Und daneben hast du den Hammer? Ja, mit Stein, man muss eben Stein und die Eisenplatten sortieren. Hm? Das Harz, hm? Stimmt, hier ist das Harz, richtig. Genau. Ja, genau, aber nicht, äh, also bei, ähm, bei vielen, ähm, sehr vielen Seeds kommen nicht alle Sachen vor. Hm. Also das heißt, also zum Beispiel, der einen Seed kann, wirst du keine Wurzeln haben und einen anderen Seed wirst du keine, ähm, keine Kristalle haben. Ähm, auch in dieser Seed gibt's auch einige Sachen, die hast du nicht, die hast du nicht, die, die irgendwelche Elemente, ja? Aber was man auch sagen muss, man erkennt auch ein bisschen an den Erzen, wie hochwert, also wie viel man dafür forschen muss, also wie hochwertig die sind, äh, kannst mich gerne berichtigen, aber ich hab's so irgendwie für mich heraus, äh, gefunden, wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Beta-Ferum-Titan-Erz, das ist die zweite Stufe, ne, zum Erforschen, man muss erst erforschen Fairum-Titan-Erz und dann sozusagen wahrscheinlich ist dieses Fairum-Titan-Erz mit Grün und Rot zu erforschen und Beta ist dann mit Blau dazu noch zu erforschen, würde ich jetzt mal tippen. Die, ähm, die Alpha, also die Beta-Gamma-Delta und so weiter und so fort. Genau. Äh, das sind, das macht die Mod automatisch, wenn es mehrere Erze mit dem selben Namen gibt, egal ob diese Erze unterschiedliche Eigenschaften haben. Okay. Sobald sie den gleichen Namen haben, äh, kriegt das halt mit der Gamma-Delta und irgendwann kommt da unidentifiziertes, äh, Fairum-Titan-Erz. Irgendwann ganz am Schluss. Okay. Und, äh, das soll halt, äh, gleichen Namen verhindern, aber die sind halt unterschiedlich, das sind halt unterschiedliche Ärzte, die können unterschiedliche, äh, Anforderungen haben, können alles, könnte eine Menge unterschiedlich sein. Wie gesagt, das Einzige, was sie dann gleich gehabt hätten, wäre der Name. Ähm, die, die Forschungskosten von den verschiedenen Ärzten, die wird so ein bisschen dadurch berechnet, äh, wie häufig das Erz, äh, Stimmt, hast recht. Bauen sollte, wie häufig das Erz bauen sollte und, äh, wie wertvoll das Erz ist. Stimmt, hier sieht man es gerade bei dem Fairum-Titan-Erz. Das erste braucht halt 500 Grüne und Rote und das Zweite genauso. Dann ist es ähnlich, ziemlich ähnlich von der Wertigkeit her wahrscheinlich. Ja, ja. Aber da gibt's andere, da ist mir das so aufgefallen, dass das dann dementsprechend teurer wird. Also manche, manche sind billiger, manche sind teurer, aber da irgendwelche stumpfsinnige Erze sind, äh, die kosten Appeln und Ei und, äh, manche teure Erze, äh, kosten mal Rot, Grün, Blau, Violett. Äh, kann hier auch runterscrollen, also, die meiste ist hier rot, ja, aber hier zum Beispiel die Flüssigkeiten auch nochmal, äh, hab ich jetzt gerade einen Seat erwischt, wo die nur grün und rot sind. Äh, musst du mal wieder runterscrollen, äh, doch, da, ah, diese Uranerze, das sind alles, äh, Misch-Uranerze, ne? die kriegen dann alle diese diese Grafik, halt wie dieses original Uranerz auch hat, automatisch und dann sind es auch Uranerze okay, da unten ist zum Beispiel jetzt ein Erz, das ist kein Uranerz das sind zwei sogar, das ist zum Beispiel das teureres, guck mal 800, rot, grün blau, Golderz und Silbererz hat nicht jeder, ja Gold und Silbererz, aber Flavoragoniterz Harz, Mann sind aber auch Zungenbrecher dabei das sind lateinische Namen da ist noch eins rot, grün, blau, violett eben gerade gewesen da das hat Titan und Beschleunigererz warte was ist denn Beschleunigererz Beschleunigererz kannst du mal gucken dann hast du das auch im Seed drin ähm das sagt mir jetzt so nix Datenpaket also beschleunig also das, da ganz links, das war eben das ganz links, drück mal und dann das links, das Icon, genau ah und dann machst du da draus die Platten aha dann kann man es noch so raus beschleunige Platten machen und dann kannst du dann mit drei Forschungen betreiben eine Forschung, die also die ähm erhöhen geringfügig einmal die Roboter äh Geschwindigkeit um fünf Prozent, ja ja das ist das sind keine großen Schritte aber du hast halt das Erd du machst auch draus äh dann nochmal Forschung die Forschung kannst du ein bisschen schneller machen und als drittes die Laufgeschwindigkeit des Charakters ein bisschen schneller machen ah ja das macht macht ja Sinn sag ich mal hier unten hier hier war es genau genau da wird es um zwei Prozent erhöht ja okay wenn man sonst nichts anderes zu tun hat dann macht man halt das ne also äh kann man ein bisschen rausholen aus dem eigenen Charakter genau aber was was Schwarzstein achso das waren ah das ist nicht genau nicht der PPMM sondern das ist der der Grundmod der genau wo man das rausfiltert deswegen brauchen die alles genau äh ansonsten gucke ich hier kurz nochmal durch ob es hier noch ein höherwertiges Erz gibt ansonsten gibt es halt noch diese ganzen Zwischenschritte wie ähm halt Abfallverarbeitung und sowas gibt es ja auch halt sehr viel beschleunige er zum Beispiel das gibt ja auch wenn jeder äh sieht was anderes äh beschleunige er zum Beispiel ähm nenne er eine Technologieliste Technologieliste also wenn du als Suchen eintippst Bearbeitung und Verarbeitung und dann noch ein Leerschnitt so und dann siehst du die Besonderheiten teilweise ah Goldrückstände okay Goldplatte okay Eisen Eisen Eisenplatte okay und Schweferückstände wenn man nochmal Verarbeitung und dann machen wir den Leerschritt nochmal weg wieder und dann diese ganzen Erze und dann wenn du ein bisschen runterscrollst äh die haben alle dasselbe Icon in der Forschung äh und zwar wenn du also diese ganz Besonderheiten ne ähm zum Beispiel Schleuniger äh Verarbeitung die haben dann halt auch alle dasselbe Icon mehr oder weniger müsst du eigentlich dann alle irgendwo sehen es sind aber jetzt insgesamt jetzt sechs Stück oder ein sieben 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 ja drei sechse hier zumindest und guck mal den Preis an ja 2700 und das ist Forschungsfaktor 1 also ganz normal das ist hier nicht erhöhter Forschungsfaktor das muss man dazu sagen das hat er so gewollt das ist das macht die Mod die passenden Preis an je mehr Ärzte sowas haben desto höher höher macht er den Preis ach krass selbst das günstigste hier 1500 boah das heißt so viel wie das äh 15 Erze Eisenrückstände geben krass ok krasse Sache äh was ich was was mir ja auch aufgefallen ist äh hier das ist so ein Punkt die Grenzwissenschaft die Grenzwissenschaft das doch das 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 juckt fast in den Fingern also für 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 alle die das nicht so so ähm so so wissen warum ich jetzt so dabei abgehe es gibt und das gibt es wirklich es gibt ähm eine sogenannte Präastronautik zum Beispiel die davon ausgeht so kurz gefasst dass eben schon in der Steinzeit ab und zu mal Außerirdische auf unserem Planet waren und die Götter nur Außerirdische sind und da das sozusagen wissenschaftlich äh weder anerkannt ist noch äh hundertprozentig beweisbar ist äh wird das Ganze ja wird das Ganze unter Grenzwissenschaften gebündelt quasi und das ist mal ganz reizvoll und mag das manchmal anzugucken und dass hier in diesem Mod Grenzwissenschaften drin sind und nicht nur einmal nein es gibt also dieses Logo zumindest irgendwo hatte ich noch gab es nicht noch so ein erweitertes oder irgendwas hatte ich mal noch gelesen ähm das ist auf jeden Fall von der äh Base Mod also FWP und äh da ist sehr viel Zeugs drin dass man eigentlich so mit rein logischen Sachen nicht erklären kann genau ja ich hab's halt äh es ist halt drin äh du hast die Technologie akzeptiere sie egal wie sie funktioniert ja genau ich find das total geil schon aus ja ah ich liebe diesen Punkt wirklich da sind jetzt zum Beispiel am Anfang äh und dann die Laserzäune drin ähm ähm die Tafeln und äh und die schnelleren Bänder ja ja Schwebebänder also hier die sind sehr teuer das ist alles äh alles after Endgame Content das ist ja äh hier der kann 192 Gegenstände die Sekunde bloß mal als Vergleich 192 Gegenstände die Sekunde dieses äh Express Schwebeband und äh äh Fließband hier haben wir zwar nur das Normale das hat 15 es gibt ja auch noch das Express ne äh ja das kann 45 und wir waren eben bei fast 200 ne also da seht ihr da da ist so eine Steigerung drin äh dass selbst ich als Thronfetischist sage geiler Scheiß es ist aber auch dann äh wirklich dann auch das äh mehr kriegt Faktorio also das Spiel selber nicht hin weil das äh ab einer gewissen Ans also ab einer gewissen Geschwindigkeit ähm kann das Spiel das nicht verarbeiten wenn die Bänder also wenn die Bänder um die Kurve gehen äh dass die Items dann automatisch abbremsen auf eine gewisse Geschwindigkeit und das ist das ich glaube das ist das Maximum was geht ohne dass das äh komplett ausgebremst wird äh äh ich wollte jetzt eigentlich noch zeigen was bei als Thronfetischist ist das ja mal so ein so ein Thema genau was vielleicht den einen oder anderen schon aufgefallen ist äh beim Durchklicken es gibt hier von von so gewissen Items äh bis zur 14 oder ja bis zur 14 hier verschiedene ähm zum Beispiel für mich als Thronfetischist äh Logistikroboter und Bauroboter also man kann die hoch erforschen bis äh zur Stufe 6 äh 14 so und die haben dann schon von Haus aus eine Geschwindigkeit von 105 kmh von Haus aus und eine Frachtkapazität von 12 also das ist schon mal übel also auch wenn die wahnsinnig viel Zeugs brauchen um zu bauen ich kann ja jetzt hier mal drauf gehen was die so alles brauchen weil das finde ich an diesem Mod auch super geil dass das eben aufeinander aufbaut also um diesen Besten hier zu bekommen braucht man den drunter plus dann noch äh so ein paar Upgrade Pakete äh die man dann dafür noch braucht also das das finde ich halt richtig gut ne muss ich sagen äh wenn man jetzt den untersten hier nimmt und die Herstellung da braucht man den normalen den Vanilla Logistikroboter einmal und dann noch dieses Upgrade Paket und wenn man dann mal guckt was dieses Upgrade Paket braucht das braucht halt Goldplatten Silberplatten Titanplatten und noch einen schnellen Greifarm dann kann man sich ungefähr vorstellen was man dann am Ende für Material reingesetzt hat um einen so einen wahnsinnig schnellen Roboter zu zu machen also das finde ich richtig gut dass man das so Art Recycling macht weil viele Mods haben da ja du kannst diesen tollen bauen und die alten kannst du verschrotten aber die bringen dir nichts mehr also von daher gesehen finde ich diese Art des Recyclens halt sehr interessant und ich selber kombiniere daher deinen Mod mit so einem Roboter Recall Mod der bloß dafür da ist dass du eine Kiste hinbauen kannst und der sagen kannst hier die und die Roboter die rumschwirren sammeln die mir mal wieder ein der hat da eine gewisse Symbiose damit mit deinem Mod finde ich aber ansonsten finde ich dieses Aufbauen dass eben verschiedene Tiers oder Stufen wie auch immer man es nennt auf die vorhergehenden aufbaut dass man heißt man muss erstmal eins von der vorhergehenden Stufe haben um das zu bauen finde ich total genial weil dann macht diese Aufbaustruktur irgendwann auch noch dermaßen Sinn und wird auch total gigantisch ich weiß nicht hast du wirklich mal eine Map gehabt wo du jedes bis zum Maximum ausgebaut hast in deinem Mod nein das ist zum Ende hin wird das immer schwieriger immer materialaufwendiger wenn man alles auf Maximum aufgebaut haben will da braucht man auch nachher sehr viele Schwarzsteine sehr viele Essensteine ich hab natürlich weil das mehrfach gewünscht wurde hab ich halt eine Möglichkeit reingegeben bei dem Map Einstellung da kommen wir dann noch dazu genau dass man halt diese Steinchen auch vollautomatisieren kann aber wenn man das ohne diese Vollautomatisierung macht muss man sich wirklich so Gedanken machen spezialisieren man muss darüber nachdenken was brauche ich jetzt eher brauche ich jetzt die schnellen Lokomotiven brauche ich jetzt die schnellen irgendwas anderes schnellen Roboter man wird ja darauf hinauslaufen dass man praktisch also sehr viel auf normal also auf ein bisschen Geschwindigkeit vielleicht ein bisschen schneller macht aber bestimmte Sachen halt bestimmte Elite Sachen wählt man nur für bestimmte Anwendungsbereiche zum Beispiel die ja aber aber sagen sagen wir mal so die ersten Stufen von den Thronen zum Beispiel die kommen ja ohne diesen Schwarzstein aus ab welcher Stufe also ab der ich glaube ab der fünften ging das mit Weltraum Schwarzstein Stufe 6 Weltraum schon ich glaube ab der vierten Weltraumpaket genau dann ab Stufe 5 mit Schwarzstein die Sechser da klatscht einfach zwei zusammen dann wird das eine dann wird das Siebener die Sechser sind nicht zu verwenden eigentlich da weil die sind wieder die Sechser brauchen Schwarzstein aber die Sechser die sind insgesamt schwächer ungefähr so auf der Stufe der Dreier und tatsächlich brauchst du zwei Sechser und dann kriegst du eine Siebener und der Siebener ist wiederum das was du haben willst okay das ist praktisch du hast einen Zwischenstritt der Zwischenstritt der aus zwei Schwächern wirklich das das bessere macht ja und dann für den Achter dann braucht man dieses Regenbogen Upgrade Paket okay oh da wird schon ziemlich schwierig ja jetzt muss ich mal immer schwieriger immer ekliger ja und den Upgrade Monolith da braucht man ja den Essenzstein den man ja auch nicht bis auf diese synthetische Herstellen wenn man das auswählt aber sonst auch nicht so in Masse findet ne dann wird es nachher natürlich richtig teuer dann später ja und da muss ich sagen das ist so ein Punkt zumindestens bei den Drohnen ich als Drohnenfetisch würde dann natürlich alles andere bis zur Stufe 4 oder 5 wo man die Steine noch nicht braucht hoch design aber die Drohnen dann volle Bulle dann brauchst aber ordentlich Energieversorgung ne ja gut aber die das ist ja auch so bei deiner Energieversorgung gibt es ja hier für für die für die Dampfturbinen die könnte man ja dann auch noch hochzüchten da hat man hier halt eine Dampfturbine die macht 57 Megawatt ne also das ist jetzt auch nicht so wenig oder die Solarpanels hier 14 Megawatt ne ein Solarpanel oder hier so ein AKW 40 Megawatt also ich weiß gar nicht wo der Bonus drin ist bei den AKWs ich glaube das war der genau das war nicht die die Leistung sondern andere Sachen halt Effizienz und ne der Nachbarkeitsbonus genau weil hier ist der Nachbarkeitsbonus 100 und hier ist er bei 980% also fast verzehnfacht also von daher gesehen sieht man da 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 muss man dann so ein bisschen im Gleichschritt gehen wenn man darauf geht zum Beispiel hier hat man auch den verbesserten Erzsammler ja sieht man auch dass dann eben die Reichweite höher wird das Abbaugebiet also am Anfang kannst du halt 22 mal 22 machen und in der höchsten Stufe halt das Doppelte da kannst du hier einmal hinsetzen und farmst alles ab da brauchst du dann auch keine Drohnen um da brauchst du mal kurz mit Logistik für weil du weil du dann die ganz auch zum Beispiel die ganz schnellen Erzförderer wenn du dir dann noch mit Geschwindigkeitsmodulen reinnimmst also mit ganz schnellen den Erwachten den nimmst du dann halt der macht dir vor allem im Abbaugebiet auch 27 mal 27 der macht dir eine Eisenkiste in einer halben Sekunde voll es juckt es juckt es juckt das kannst du gar nicht wissen es juckt oh Mann vor allem auch hier Herstellungstempo 36 ja das ist auch über das Zehnfache vom Erwachten Lichtbogenöfen naja also deswegen lohnt es sich auch bei dem Mod das hat sie ja mir selber mal gesagt glaube ich diese diese hier Expressbelader zu nehmen empfehle ich empfehle ich sehr stark weil sonst kommt das nicht hinterher natürlich kannst du noch die ganz fetten Greifer nehmen aber ja hier irgendwas ja aber man kommt wirklich nicht hinterher ja das stimmt und was auch sehr schön ist die verschiedenen Kisten hier die haben dann auch dementsprechend mehr Lagerkapazität also der große Tresor ist glaube ich das was am höherwertigsten ist ne also der große Tresor ist wenn du jetzt die Lagerhaus Mod nicht mitnimmst hat der große Tresor eine Besonderheit genauso wie das das Ding daneben ähm das große Alabastruhe Alabastatruhe okay aber die Alabastatruhe hat doch nur 16 die sind zweimal Zweifelder groß was äh viel mehr äh logistische Optionen zulässt ne ach so ah ich weiß nicht nur an den Dingern ah okay interessant okay aber selbst hier die goldene Truhe oder die Stahlkiste Vanilla hat 48 die goldene hat dann schon 80 ne Kunststoff 60 oder dann hier Robustus den Robustus gibt's ja auch nochmal in 14 Stufen ne bei den Upgrades ja also wie gesagt da 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 ist saumäßig hier Robustus ja what fast 4000 viel Spaß bei dem Herstellen ich muss gerade lachen ich hab gerade so mein EZL im Kopf und denk mir so fünf Kisten von denen und das EZL wär drin Herstellung ja ja wahrscheinlich immer die vorhergehende ne und dann eben die 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 anderen Sachen hier die dementsprechend äh noch so einiges brauchen hier Schwefeln Hochofen und Gold und Silberplatten also man hat daran wirklich seine seine durchgehende Freude also wie gesagt ähm wir gehen noch auf die Einstellungen drauf ein weil ich will dann wissen was sind so schwierige Einstellungen was sind leichte Einstellungen für den Anfang ähm wenn man zum ersten Mal spielt ich würde natürlich eher die schwierigeren nehmen aber trotzdem auch sowas wie hier Fassungsvermögen von den Tanks 75k bis zu 900k also das ist fast eine Million ne ich hab auf meiner Traum-Map ein Öllager für Rohöl da passen ja 10 Millionen Rohöl drin ich weiß gar nicht wie viele Tanks ich da hab um diese 10 Millionen zu lagern und dann sehe ich hier dass ein so ein Tank quasi eine Million macht und wenn ich 10 Tanks davon hinstelle dann hab ich dasselbe Lager auf einer Größenverhältnissen Fläche von der Briefmarke im Vergleich also das ist völlig irre oder wer eben gerne Züge mag und da sagt ich brauche hier höhere Geschwindigkeit hier die erste Stufe immerhin schon 259 kmh und jetzt gucken wir mal auf die die hat dann 2500 das ist schon fast Lichtgeschwindigkeit sieht man die überhaupt noch fahren hast du das mal getestet ob man die noch sieht mit der schnelleren bin ich schon mal gefahren die haben ordentlich Geschwindigkeit drauf was man was man allerdings beachten muss bei Zügen ist dass man sie nur mit gleichwertigen Waggons kuppelt weil sonst wird das schwächste Element immer aus also wenn du einen 5er Zug kuppelst mit Vanilla Waggons dann wird er auf Vanilla bleiben weil da reizt es mich zum Beispiel einfach von dem weit entfernten Ding in gefühlt Lichtgeschwindigkeit irgendwo hin zu transportieren aber die Strecke muss ja dann frei sein es darf ja auch kein Zug dazwischen fahren der wird dann einfach weggemacht der wird dann weggemacht der wird einfach weggemacht deshalb würde ich bei solchen Zügen weil du da gar nicht mehr menschlich reagieren kannst immer auf automatisch fahren lassen weil du tinnest einmal die Vorwärtstaste und dann bist du schon woanders das reizt mich zumindest mal ein so einen Zug zu haben aber auch dieses Auto hier 210 Lagerflächen zu 90 also dass man mehr Lagerflächen hat und also Tinnhofzeug Raketenauto mit Raketen mehr Panzer okay auch haufenweise Lagerfläche also man hat hier oh ja hier die Roboter Hangare die hast ja auch von der Versorgungsreichweite hier erhöht also muss ja mal gucken hier der erste hat 60 mal 60 und Konstruktion 130 130 und der größte dann hier gefühlt einmal die ganze Map bitte ja was sagen bei fast 600 600 Konstruktionsradius also da da ist schon über kostet natürlich dementsprechend viel logisch aber man kriegt da viel auch viel und wie gesagt man recycelt immer die vorhergehenden Stufen also hier lässt sich wirklich viel machen und ich können können weiterverwendet werden in FPP zum Beispiel das Holz wird zur Kohle umgebaut umgewandelt die die brennerbetriebenen Greifer die werden auch in Rezepten weiter benutzt siehst du gerade ja ich habe gerade mal Holz eingegeben um hier zu gucken was so an Holz da ist hier gibt es zwei Erze und das eine heißt das Holzfäller stille Kohle und bei allen Dingen dann gibt es einen Fass dazu der Holzfäller Titan im Fass oh nein das klingt fast so wie so ein guter Whisky weißt du oh ich gönne mir heute mal den Holzfäller Titan im Fass oh scheiße ist das geil also man hat hier wirklich ihr merkt es denke ich mal sehr viel Spaß kommt gerade Nikla damit oh scheiße oh 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 Gott also Venus Öl Flüssigkeit what bitte nicht falsch verstehen es gibt keine jugendfreie Variante die Map spiele ich erst mal scheißegal die Map spiele ich die ist zu gut aber gibt ja noch andere ja ja es gibt sicherlich haufenweise noch auf anderen Maps ich glaube das ist so ein Mod da kann man fast jede Map spielen weil die Namen einfach so lustig sind von daher gesehen man kann sich hier wirklich wahnsinnig verlieren in diesem Namen und es ist wirklich so es gibt hier saumäßig viele Varianten hier das zu spielen jede Map ist anders weil man nicht immer dieselben Erze drauf hat selbst du verstehst ja den Zufalls Generator den du eingebaut hast selbst du kannst ja nicht sagen welches Erz auf welchen Sie drauf ist von daher ist das total genial eigentlich gemacht dass man immer wieder andere Namen hat und anderen Zufall mit einem sehr guten Taschenrechner und einigen Tagen Zeit kann ich voraussprechen was da rauskommt ne ich merke schon ja aber ich würde sagen ich glaube wir haben hier viele Beispiele gebracht da können wir jetzt auch nochmal auf die Einstellung des Mods drauf hinzukommen weil da gibt es hier und da so ein paar Punkte die vielleicht ganz interessant sind weil man kann ja diese Einstellung die man am Anfang macht für die Karte dann im Nachhinein nicht ändern also die sind dann so man sollte man so behalten weil sonst wenn man die Einstellung im Nachhinein verändert dann wird das die Karte komplett in den Dreck hauen genau deswegen einmal aufgepasst bei den Einstellungen am Anfang oder man fängt dann halt eine neue Map an wenn man sie sagt das hätte ich mal lieber gewollt wie mit diesen Essenzstein oder wie heißen die anderen Brocken Essenzstein kann man ja also das ist ja kein Problem die Einstellung von FPP kann man ja relativ gefahrenfrei verändern aber die von FPPMM halt nicht wenn man da eine Zahl verändert dann gut okay dann gehen wir jetzt mal zu den Einstellungen und gucken uns da mal so ein bisschen die Einstellung durch das hier und da glaube ich auch was interessantes dabei was man vielleicht im Zweifel vorher wissen sollte bevor man so eine Map startet so und dann kommen wir mal zu den Einstellungen und ich habe hier schon mal die Einstellung von der Map eben die ich hatte mal gezeigt und das Erste was mir so immer auffällt bei dem Mod man weiß in diesen Einstellungen die Vanilleerze die stehen noch da okay aber dann Eis Erz also der Eis Erz den sieht man noch aber die FBP MM Erze der steht immer nur Erz 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 also man erkennt hier keine Namen aber das sind halt 500 wenn ihr mal so was verrücktes machen wollt wie hier irgendwie alle Erze in Häufigkeit gering stellen oder so ja bei zum Beispiel diesen 555 Erzen die ich hier habe das dauert dann schon mal seine 5 Minuten das hier einzeln durchzuklickern wäre vielleicht auch mal so ein Sidekick an die Vanilla Entwickler dass die hier so einen globalen Regler machen dass man alles gleichzeitig runterstellen oder hochstellen kann aber sonst ist das Klickerarbeit hoch 3 also ist halt so dass es sehr viele Erze gibt und Faktore selbst hat eine Limitierung wodurch man diesen Auto Auto Place Menü so nennt man das halt diese Auto Place Option weil es automatisch platziert wird vom Generator dass du eine Limitierung von maximal 255 Erzen drin hast so und dadurch hätte wenn jedes Erz von mir eine eigene Auto Place hätte würde das Faktore beenden ganz automatisch und deshalb verbirgt sich hinter jedem Erze verbirgt sich halt mindestens 2 FBPM Erze welche Erze das sind kann ich auch nicht sagen wenn du eine Einstellung hast mit weniger als 200 dann wirst du da direkt die Namen sehen ja aber das ist ja das ist ja wer spielt denn mit so wenig Erzen wer spielt denn mit 1000 Erzen ja 1000 Erze ist das Maximum okay das ist vielleicht wirklich ein bisschen sehr krass also man muss auch überlegen die ganze Verarbeitung und alles braucht ja auch Rechnerkraft also irgendwann ist auch der Rechner dann am Limit das habe ich schon festgestellt ich habe das schon mit 10.000 Erzen versucht tatsächlich braucht das Spiel dann ein paar Minuten zum starten der nächste Punkt ist dass wenn du eine neue Map startest dann dauert das erstmal ein bisschen sehr lange und immer wenn du dann einen neuen Kartenschunk aufdeckst dauert das auch nochmal sehr lange aber ansonsten verkraftet das Spiel 10.000 Erzen tatsächlich krass machst du einen Forschungsbaum auf und dann ist da nur noch so ein riesiges Geflecht an Erzen und dann siehst du überhaupt nichts mehr du klickst dann auf irgendwelche Abhängigkeit und dann statt diesen einzelnen Linien die zu Fischenden Icons führen hast du einen kompletten Balken der sich dann aufrüffelt das ist dann okay ja macht keinen Spaß genau aber dann das das Interessante sind dann noch die Mod Einstellungen und zwar hier diesen Factorio Plus Plus oder Minced Mines dazu das sind erstmal die Einstellungen worum es mir geht dieses Advanced Fishing habe ich jetzt mit reingenommen weil mir aufgefallen ist wenn man den Eis-O-Mod drin hat und No Lakes drin und wirklich komplett die Seen wegmacht hat man ja keine Fische und die Fische braucht man ja für den Robotron hier Spider-Tron und deswegen habe ich mir hier so einen anderen Mod noch mit reingenommen der mir wieder Fische dazu gibt weil und jetzt kommt Quintaro wieder nach meinem Monolog denn im Factorio Plus Plus beziehungsweise Minced Ours gibt es was nur genau Fischöl genau also Fischöl benötigt man für einige FEP-Rezepte das ist die Synergie die ich reingebaut habe allerdings um selbst Fische reinzubauen man hat ja auch schon in Vanilla den Bedarf an Fisch weil man halt den Zweiter Tron baut ein kleinen Seitenstecher an den Eisohr Mod ersteller der sollte halt so ein Rezept einbauen dass man halt Fische craften kann wenn es keine Lakes gibt ja ja weil in Wasser sind ja immer irgendwelche Kleinstlebewesen drin und dann könnte man ja wie so ein Aquarium haben wo dann eben über eine gewisse Zeitspanne halt wirklich ja ein Fisch herangezogen wird herangezogen ja wie auch immer ne aber das nur am Rande gehen wir einfach mal durch die einzelnen Punkte hier bei Aliens das versteht man noch da ist auch eigentlich eine Erklärung dabei hast du auch schon gut geschrieben dass es eben verschiedene Schwierigkeitsstufen gibt von den Aliens was mir aufgefallen ist das waren früher mal mehr Stufen jetzt sind es nur noch vier oder es gab es waren schon immer nur vier okay Standard heißt halt dass dass halt die dass halt die Standard die Vanilla das sind die Vanilla Elden sie werden dann nicht werden verändert Hardnet heißt halt dass die Elden ein bisschen härter im Nehmen sind Dangerous heißt dass sie ein bisschen härter im Geben sind und Legend heißt dass sie dir wirklich den Tag versauen gut genau das will ich das ist das kann dann allerdings wie es dann in der Beschreibung steht zu frustrierenden Momenten führen weil es gibt dann bestimmte Aliens unter Umständen kannst du dann halt die Spiegelhaut Beißer bekommen wenn du die Legion Spiegelhaut Beißer bekommst das sind Aliens da kannst du Laserverteilung auf Dufe 10 haben du kannst wirklich dann eine Wand auch zweimal Lasertürme haben also eine doppelte Wand und die kommen trotzdem noch und beißen dir ein paar Lasertürme kaputt bevor sie tot sind krass die sind echt das ist frustrierend das ist nur für die Spieler die die Schmerzen haben wollen okay und hier Variationen von Farben da finde ich den Hilfstext Auswahl der Farbvariationen auch sehr gut das ist der eine Punkt wo ich dich am Anfang vor der Aufnahme habe ich dir gesagt du wirst schon merken auf welchen Punkt ich da eingehen will weil ich vermute mal dass Standard halt die Vanilla Standard Farben sind nein non non ist Standard okay du hast ja du kannst ja in FEP kannst du einstellen dass du halt bunte Rohre bauen kannst bunte Mauern bunte Betonplatten ähm bunte Truhen also bunte Eisentruhen auf Standard sind es glaube ich 7 Farben auf Colorful sind es glaube ich 14 Farben auf ähm Magnificent sind es glaube ich 23 sehr gut ich will eine bunte Map läuft so dann der Punkt hier äh Start erfordert mehr Forschung äh das macht die länger also äh jetzt um mal vorzugreifen in 10++ macht es ja schon schwieriger der Start was ist denn jetzt noch mit schwieriger Start gemeint ähm schwieriger Start bedeutet dass du am Anfang kaum Technologien zu fügen hast du hast nur das absolute Minimum du hast nur ähm womit du startest halt du musst dir jeden Scheiß und Dreck musst du äh äh erforschen ähm das selbst äh Mikrochips musst du dir also die die grünen Chips musst du dir erforschen musst du ja jeden Scheiß und Dreck erforschen du hast am Anfang so gut wie gar keine Bauoption dann okay also man hat bloß den den äh Kohleförderer am Anfang wahrscheinlich dann und das war es oder wie den musst du dir auch erforschen du hast ja einen du hast einen du hast einen und mit dem musst du das mal arbeiten viel Spaß damit ach du Scheiße okay das ist ja richtig hart wenn ich mal einen zweiten bauen kann das ist ja übel du kannst den zweiten bauen wenn du es erstmal erforscht hast so äh äh du magst es echt echt hart meine Güte ich nicht aber manche Leute suchen sich diesen Schwiegenstadt tatsächlich aus krass okay äh aber keiner von uns also wir sind ja normale normale Leute okay aber kann sein dass er jetzt äh zu äh zu Corona-Zeiten verbraucht ist aber spielst du eigentlich deinen FPP-Mod mit FPP-2-Maske? FFP-2-Maske nein FPP-2-Maske ich überlege mir mal wenn ich jetzt äh wenn ich diesen Mod jetzt irgendwie anders genannt hätte nicht äh Factorio plus plus sondern Factorio Factory plus äh dann wäre wahrscheinlich auf Google dann mehr mehr Millionen nachgesucht ja wahrscheinlich dann hätte ich wahrscheinlich äh nur noch Fragen gehabt und dann hätte ich jede Menge Leute in mein Forum äh schreiben sehen was ist das was du für den Scheiß ich wollte eine FPP-2-Maske haben genau nee aber stattdessen kriegt Factorio noch ein bisschen genau ein bisschen aufmerksam genau aber die Produktivitätsmodule möglich machen was ist da eigentlich äh der Unterschied zwischen Non und Standard wo möglich machen ist die Frage weil das steht hier nämlich äh nicht wirklich da ja das das ist ja das also normalerweise heißt es ja Standard also Non Standard und äh und die Erze wenn man halt FPP-MM noch drin hat dann halt nur Non und Standard das heißt so viel wie also da ich ja kein großer Freund von diesen Produktivitätsmodulen bin ähm man kann das einstellen das bezieht sich dann nur auf die äh Sachen die in FPP drin sind dass man die Produktions äh Sachen dafür auch verwenden kann also die Produktivitätsmodule ah ok ok und wenn man dann halt auch noch auf Erze drauf geht dann halt äh dann kann man die Erze dann haben die ähm Sortiermaschinen auch ein Slot für die äh für die Produktivitätsmodule kriegt man halt aus ähm aus zwei Kuchen und Ferrit zum Beispiel jetzt etwas mehr raus ok ähm und das ist dann sozusagen jetzt der nächste Punkt mit weniger Modul-Slots ist dann sozusagen genau nochmal das Gegenteil also dass man sagt man hat dann in diesen ähm FPP-Maschinen weniger Slots zur Verfügung also zwar immer noch mehr als die Vanille aber ähm es gibt ähm die Möglichkeit halt da ist ähm das habe ich das ist die allererste Version gewesen von FPP da waren nachher extrem viele Modul-Slots in höheren Version drin da hat ein Bergwerk auf Stufe 14 hat dann irgendwie 15 Slots und so einen schwachsten ja ähm wenn man das wenn man da ein Hickchen dran setzt dann ist es wieder so ein bisschen humaner dann hat es glaube ich 6 oder 7 ähm aber ich wollte das jetzt nicht komplett ändern denn äh hätte ich das einfach ohne Option geändert ähm dann wären die Leute die bereits äh das so gespielt haben genau das die hätten dann die Modul einfach verloren weil die weil Factorio ähm hätte die komplett gelöscht diese einfach ohne ähm ja das wäre mies gewesen ja und deshalb äh habe ich das halt als ähm als als Option drin ok und hier äh zusätzliche Variationen von Möglichkeiten äh von Kisten und Fließbändern äh ich ich rate mal Standard ist Standard also Standard ist ist FPP Standard also ok äh zum Beispiel jetzt äh mit Less hast du da nur 2 also ein Beispiel nur 2 extra Fließbänder also bis Stufe 5 bei Standard bis Stufe 7 bei Plus bis Stufe 9 ich glaube bei Cluttered hast du dann 10 also Cluttered heißt du schon irgendwie zugemüllt dass du jede Menge Kisten und und Fließbänder und Greifer hast und bei Cluttered äh hast du halt auch äh und dann ein Greifärmchen die zum Beispiel nach links oder nach rechts was ablegen rechtshändig und linkshändig ja ja das hatte ich auch gesehen ja genau so um die Ecke abbiegen so um 90 Grad ja ja genau das ist schon äh also wie gesagt Cluttered heißt so viel wie das du alles zugemüllt wird ja zugemüllt das das verstehe ich dass der farbige Beton auf der Minimap angezeigt wird genau in Bezug auf Variation von Farben dass dann halt äh auf der Minimap entweder komplett grau angezeigt wird oder wenn du halt Beton verlegt hast wird auch auf der Minimap so angezeigt also in bunt okay so und dann kommen wir zu dem eigentlichen was auch äh 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 Faktorio Plus Plus an sich schon ausmacht äh nämlich diese Variation von Mischerzen also Standard da wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe das hat sie mir nämlich schon irgendwann mal erzählt erklärt da gibt es noch die Vanillaerze ganz normal und zusätzlich noch die Mischerze ne also du hast ja ähm das ist ja anders also wenn du jetzt halt nur FVP spielst hast du auf hast du fünf hast du auch fünf Stufen ähm Non also gar keine da sind gar keine Mischerze drin dann hast du halt oder halt nur ganz wenig äh dann hast du nur äh Krumm, Fried und diese komischen äh Felsen drin dann Standard hast du halt die Standard sieben Mischerze drin dann kriegst du halt immer mehr und bei Insane Plus Plus und hast du halt die Standardärzte nicht mal auf der Map drauf das ist Code äh Kohle, Eisen, Kupfer und so ein Schweinkram hast du nicht mehr drauf sondern du musst alles aus diesen Mischerzen beziehen und bei Crazy hast du auch schon weniger von diesen äh Standardärzten drauf auf der Map das wird dann auch schon heruntergestuft bei Insane und bei äh wenn du das FVPMN hast also dann du halt wenn du den die äh Minst Mines Mod drauf hast dann bedeutet Standard Crazy und Insane halt die verschiedenen Schriegheitsstufen dann hast du bei Crazy halt noch ein paar mehr äh Variationen dass du noch das und das bedenken musst und bei Insane hast du halt noch mehr äh Blödelkram sag ich mal und ähm halt dann hast du auch nicht mehr die Standardärzte drauf ja ja und ähm was äh könnt ihr gerne dann nochmal zurückspulen zum Anfang wo wir beide nicht so direkt drauf eingegangen sind natürlich braucht man die Standard Vanilleerze am Anfang auch weil man kann am Anfang diese Mischerze gar nicht zerteilen das muss man erst erforschen also braucht man die Vanilleerze ja trotzdem und da hast du dir so ein super Einfall gehabt für mich ist der genial äh da die die Felsen da gibt's Felsen da gibt's Felsen die geben Kohle und Stein dann gibt's Felsen die geben Eisen und Stein und dann gibt's Felsen die geben Kupfer und Stein und damit kommt man an die Vanilleerze ran und das ist am Anfang recht aufwendig bis man oh ja das schwierig bis man wirklich diese Erste weil man muss die Technologie dass man die Mischerze zerteilen kann erforschen und dann noch jedes dieses dieser einzelnen Erze deswegen habt ihr da bei mir am Anfang so viele verschiedene Erze gesehen ihr müsst jedes einzelne Erz nochmal erforschen dass ihr wisst wie ihr das zerteilen könnt in dieser Fabrik die ihr vorher erforscht habt das heißt ihr habt dann eine ziemlich lange Zeit bis ihr da sozusagen wirklich erstmal die grundsätzlichen Sachen erforscht habt und das ist am Anfang wirklich größeres Gebiet erstmal abfarmen und diese ganzen Felsen abkloppen aber es reizt irgendwie auch also wenn ihr wirklich dieses dieses Mod ja ist ja jetzt mit zwei Mods äh Einzelmods kann man ja schon fast Modpack sagen wenn ihr das Modpack spielen wollt so dann und wirklich alles fühlen wollt von dem Mod wirklich alles erleben wollt dann müsst ihr Insane++ auswählen kann ich euch wirklich nur empfehlen ich hab das eigentlich nur für die Leute also eigentlich nur so reingemacht weil ich dachte vielleicht gibt's ja jemanden der das spielt tatsächlich ist das der am häufigsten ausgewählte ja ne Einstellung komischerweise ähm bis auf die Leute die nicht in die Mod-Einstellung reingucken die spielen natürlich auf Standard jetzt überleg mal zusammen mit Insane++ und Schwierigkeit Start das ist schon eklig oh ja das also da muss ich selbst sagen also so ganz so schmerzbefreit ne da nochmal am Anfang nochmal 2-3 Stunden länger brauchen oder so was dieser schwierige Startdampf verursacht ne da bin ich dann die Aliens kommen dann auch noch irgendwann und bedanken sich bei dir richtig genau ne ähm aber so schwierige Startdampf Marken nicht drin und Insane++ und je nachdem wie ihr es selber mögt die das Startgebiet ein bisschen größer einstellen dann habt ihr ein bisschen länger Ruhe vor den Aliens aber ansonsten äh kann ich das nur empfehlen so kommen wir mal zu den Upgrade äh Färbungen weil da ist glaube ich auch ein bisschen interessant da ist nämlich so ein Punkt der mir auch noch nicht klar ist wo ich dann hier wahrscheinlich auch noch Bilder von dir einblenden werde im Nachhinein ähm weil wo gibt es denn jetzt diese Unterschiede hier in dieser Farbgebung das heißt eigentlich nur so viel dass ähm dass die verschiedenen Upgrades Stufe 1 bis Stufe 14 dann verschiedene Farben haben damit man sie halt auseinanderhalten kann ne bei Non sind alle dann halt haben die Ali die Vanille Farbe kannst du nicht auseinanderhalten mehr mhm weil dann sieht ein Stufe 1 perfekt genauso wie Stufe 14 aus also von der Farbe und äh Standard hast halt ähm ja wie was dachte ich mir dabei das war halt so die erste äh äh die erste Version ja ja genau und dann Tree Color das sind halt so so großen auch groß grob unterteilten drei verschiedene Farben äh Blue zu Yellow also von Blau zu Gelb heißt also äh das ist wiederum da geht's stufenlos von Stufe 1 bis 14 stufenlos von Blau nach Gelb also je gelber desto besser auf Deutsch genau je gelber desto besser ah herrlich aber dann kommt auch so ein Punkt äh Upgrade Icon Set da hast du es zum Beispiel äh mit reingeschrieben weißt du da hast du ja geschrieben Standard farblich belegte Icons non keine Unterschiede ne und romen römische Zahlensystem das denke ich mir könnte man so in der Art auch äh hier bei den anderen Sachen mit hinschreiben aber wir haben ja jetzt auch dieses Video jetzt dafür gemacht also das erklärt sich hier mit den Zahlen das habt ihr auch wenn ihr zurückspult ja auf dieser Map die ich am Anfang gezeigt hab ja auch gesehen da standen ja römische Ziffern da ist Geschmackssache glaube ich am Ende ne ja das ist genauso wie Upgrade Färbung das ist Geschmackssache ja ob man also wie man die Icons dann sieht ne und bei den Upgrade Stufen hier äh ist es bis maximal 14 möglich ähm und du hattest ja schon das auf der Map wo wir auf der Map waren schon hingewiesen mit diesen Essenzsteinen und Co dass eben äh dass ab in bestimmter Stufe halt schwierig wird das abzukreten weil diese Steine nicht so häufig auf der Map sind genau und wer halt nicht so viel Klöterkram halt in allen Menüs haben will der nimmt halt nur Upgrade Stufe 5 oder nur 2 oder gar keine je nachdem das ist ja auch Geschmackssache eben es ist Geschmackssache aber ich finde das ist ja ein relativ wichtiger Bestandteil man sollte dann schon man muss vielleicht nicht 14 nehmen das ist für die meisten vielleicht übertrieben aber es gehört halt zu dem Mod dazu also warum soll man da nur 1 hinschreiben das würde für mich keinen Sinn machen Standard ist auf 5 ne also ich glaube 5 ist auf Standard ja kann sein das war auch als ich die Mod gemacht hatte da war 5 da war 5 halt das Ding das oder ich glaube 5 oder 7 das die höchste Stufe war und dann habe ich das halt nach und nach noch erhöht für die Leute die dann auch dachten vielleicht kann vielleicht wollen die noch ein bisschen mehr haben wie ich gebe ich zu also das ist immer so ein Phänomen ne man baut halt einen Mod mit verschiedenen Geschichtsstufen die meisten Leute nehmen dann automatisch die schwierigste Stufe die man kriegen kann zum Beispiel jetzt dieses Insane++ das habe ich nur für die ganz Verrückten reingebaut und tatsächlich nehmen sehr viele Leute das als sozusagen als der Standard den sie spielen dass die normalen die niedrigen Schriegherzstufen werden gar nicht beachtet genauso wie Schriegherzstart ich schätze mal dass viele Leute so masochistisch veranlagt sind ja also wie gesagt es ist für mich halt so wenn ich diesen Mod spiele dann möchte ich ihn ja quasi so umfassend wie möglich erleben und für mich persönlich muss ich wirklich ehrlich keiner ein Beispiel dran nehmen für mich persönlich sind das so die Einstellungen wo ich für mich persönlich halt geschmackstechnisch das meiste und schönste aus dem Mod für mich raushole wo ich auch am längsten Spaß wahrscheinlich an dem Mod habe Spaß mit Schmerzen ja aber Schmerzen können auch Spaß machen wurde mir mal gesagt von dem Freund oder so aber egal gehen wir nicht zu tief in andere Geschichten hier gibt es noch diesen Punkt was wir auf der Map schon angesprochen hatten den Upgrade-Stein Synthetis Synthetisierung richtig von synthetisch herstellen genau das ist ja dann sozusagen für wenn man die Steine gibt es dann aber trotzdem man hat dann nur zusätzlich die Option oder gibt es die Steine dann nicht mehr ich glaube die Steine sind dann noch drin es ist halt nur so dass das halt mehrmals nachgefragt wurde weil das halt eigentlich ein Spiel ist wo man halt alles automatisieren kann und sollte und ausgerechnet diese blöden dummen Steine die muss man dann irgendwo suchen die liegen dann irgendwo im Feld rum und dann hat man Glück wenn man eine hat also mit automatisieren ist das nicht viel muss man sich da selbst bewegen das ist ja scheiße oder halt einen Abrissplaner einen Filter setzen und drüber ziehen so weit denken die Leute ja nicht du hast gerade das Gefühl die Hälfte deiner Spieler beleidigt aber okay schneiden raus ne ne aber ja ich verstehe den Punkt oder halt ein bisschen nachgefragt man findet ja auch mit einem Abrissplaner wenn man die halt abgefarmt hat dann man muss ja immer weiter laufen und eigentlich sollten die sollten die verbesserten Geräte eigentlich nur für bestimmte Anwendungszwecke sein man sollte sich überlegen wo setze die jetzt ein und manche Spieler gehen wohl davon aus dass sie einfach alles bis Stufe 14 aufrüsten nach und nach alles ja und das ist halt das ist zum Beispiel für mich auch das falsche Denken ich verstehe den Sinn warum dieser Punkt drin ist ich für mich für meine Spielweise habe diesen Punkt aber nicht angeklickt weil ich eben genau diese Beschränkung haben möchte also ich will nicht am Ende alles auf Stufe 14 haben es wäre ein Träumchen und wenn ich wahrscheinlich eine riesen Karte habe wird das vielleicht im Zweifel irgendwann passiert sein aber nein wie sofort dieses eiskalte nein kommt du zerstörst gerade Träume aber okay ja ich zerstör gerne gerne Träume mit der Tatsache dass halt die Steine so selten sind dass du nicht alles auf 14 hochrüsten kannst es sei denn du bist wirklich du hast am Ende so eine große Map aufgedeckt wo du dann noch drei FPS hast ja natürlich also wie gesagt diese Synthensierung die macht absolut Sinn ich weiß jetzt die wird ja wahrscheinlich auch Balance sein also die wird jetzt auch nicht so billig sein wahrscheinlich oder ja schon ein bisschen teurer das ist schon ziemlich teurer Spaß okay gut das ist schon sehr teurer Spaß dann ich guck's mir mal an ich mach den Haken da mal rein und guck's mir mal an ähm das waren jetzt erstmal die Einstellungsmöglichkeiten von FPP und jetzt kommen wir mal zu dem Add-on da gibt's nur drei Einstellungen äh für mich fast das Wichtigste sind die Anzahl der Mischerze ne da kann man ja äh hier steht bis 5000 angeben stimmt die Zahl weil du schwierig schwierig ähm die Mod selber kann theoretisch bis was weiß ich 100.000 keine Ahnung ich hab das nicht ausprobiert ich hab mir bis 10.000 ausprobiert und tatsächlich bleibt der PC dann äh beim Spielstart dann eine Minute oder zwei Minuten hängen ähm ich glaub bis 1400 ungefähr geht das danach stürzt Factorio im Titelbildschirm ab nach äh und das es hängt irgendwie mit diesen äh Hintergrundfilmchen immer zusammen wenn bestimmte kommen stürzt das Spiel ab ungefähr 1415 ab 1420 das ist ungefähr äh die Grenze danach wenn man mehr haben will also wenn man zum Beispiel das 5000 haben will müsste man sich schnell durch dieses Titel durch diesen Titelbildschirm durchklicken damit man äh halt äh nicht diese Hintergrundvideos provoziert ne die dann das Spiel zum Absturzen bringen egal also dann hängt das Spiel auf komplett also auf gut Deutsch äh wenn ihr sozusagen vernünftig spielen wollt und noch irgendwo ein Wissenschaftsmenü haben wollt wo ihr noch einen Balken sehen wollt dann macht bei 1000 Mischärzen die Grenze glaubt mir auch die 555 sind schon ziemlich krass gewählt aber ähm ja also das nur als Warnung ihr könnt es ja gerne mal versuchen und Kentaro auch ein Feedback dazu geben aber ähm für mich macht es über 1000 eigentlich wirklich keinen Sinn mehr also ich glaube es ist auch ähm was reingebaut und zwar bei für den 08 für den äh Ressourcengenerator 018.3 äh es ist auch so dass wenn man nur ganz wenig Mischärze reinbaut zum Beispiel und dann zum Beispiel jetzt ähm Insane++ spielt ähm dann wenn trotzdem alle äh rein also alle äh reinen Ressourcen mindestens zweimal vertreten sein also selbst dann wenn du nur 30 Mischärze drin hast das war ja bei den ersten äh Ressourcengenerator so wenn du Pech hattest hattest du 20 mal Eisen drin so und dann konntest du die Karte praktisch schon in die Tonne hauen weil ne ohne Kupfer wird das nicht ja logisch klar 018.13 äh 018.3 sorgt dafür halt dass dass äh dass alle Erze drin sind die du brauchst also worüber er gerade spricht ist diese Version des Ressourcengenerators und äh der aktuellste ist der 18.3 äh stellt sich für mich die Frage nur warum hast du jetzt noch beide drin gelassen der 18.0 der ist drin für äh Kompatibilitäten wenn äh wenn jemand mit einer alten Map spielt dann sollte er den Ressourcengenerator der alten Map drin lassen und wenn eine neue Map anfängt fängt man einen neuen Ressourcengenerator an weil eine alte Map mit einem neuen Ressourcengenerator das würde alles äh komplett äh ruinieren okay so und dieser also Anzahl Mischärzte sind auch klar Ressourcengenerator ist auch sofort weit verständlich der Mischärz Seed ähm da ist äh schreibst du hier die Schwierigkeit der Mischärze wird vom Hauptmod äh bestimmt ähm was sagt dann der Mischärz Seed denn hier bei Minzet Mines aus der Mischärz Seed sorgt dann nur dafür dass du die verschiedenen Ressourcengenerator dran hast also äh bei der einen Seed hast du zum Beispiel dieses und dieses Erz und dieses Zwischenstufen und diesen Kram dabei und äh meinetwegen Titanbrösel und so und äh beim anderen Mischärz Seed hast du zum Beispiel jetzt Eisenbrösel äh die du dann halt also also bedeutet das auf gut Deutsch als als Verständniss äh Sache wenn äh Leute hier einen anderen Kartenseed angeben wie die Map generiert wird aber in den Mod-Einstellungen den Mischärz Seed wie bei mir eingeben sechs mal die fünf dann haben die auch Mars Cola auf ihrer Map obwohl die Map an sich anders aussieht auf gut Deutsch ne so ist es zum Verständnis ja genau so sieht es aus also ihr habt da sozusagen noch noch mehr Einstellungsmöglichkeiten wenn ihr immer dieselben wenn euch diese Erznamen gefallen und ihr keine neuen mehr haben wollt dann ändert hier halt diesen Mischärz Seed nicht mehr sondern nur noch hier den Karten sieht also das das ist äh ausschlaggebend ist äh die Schwiegheitsstufe also äh von äh von der Variation von Mischärzen die Schwiegheitsstufe N2++ in diesem Fall dann die Anzahl der Mischärze und der Mischärz Seed wenn man diese drei Sachen halt weiß äh kann man eine neue Map aufmachen mit den genauen gleichen Erzen kann man jetzt den Spaß machen kann man jetzt zum Beispiel jetzt Mischärz Sechsmal die Vieren geben und wirst du ganz andere Mischärze bekommen Sechsmal Achso und hier meinst 4444 und hier den Punkt mach ich mal rein damit wir auch das nochmal zeigen können und dann wirst du halt eine ganz andere Mischärze bekommen gehen wir mal rein in die ganze Sache da muss er natürlich die ganze nochmal laden also Faktorio macht sich dementsprechend nochmal auf weil er eben diesen sieht also die Motteeinstellung natürlich nochmal anpasst ich hoffe Kentaro sieht jetzt auch klein noch wieder im Bild ja ich sehe also momentan sehe ich den schönen Ladebalken das ist wirklich sehr schön so schön orange würde mich sonst so an Half-Life 2 erinnern aber ja die guten alten Zeiten ne so gut neues Spiel weiter Mod-Einstellung 4-4 genau alles andere haben wir ja gleich gelassen und spielen und gleich kannst du komplett andere erzählen so zack und jetzt gehen wir hier mal hin da haben wir Blau-Titan Gold-Kupfer-Geheimer Typus geh mal da hin mit dem geh mal da hin das ist ein höherwertiges Erz wahrscheinlich oh das ist das ist ein böses Erz das ist zwar in diesem Klattenerz aber es gibt tatsächlich nur Misch also niedere Mischerze und diese niederen Mischerze war einmal der geheime Typus und einmal das andere Erz das aufgelistet wurde also das ist schon ein ziemliches Arscherz würde ich sagen das Besondere an Platten ist dass sie die komplett Heizium Hit also Hezi Hezi machen wir mal Hezi 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 Gibt's nicht doch Wenn FNAE aufstirbt Ne man hat's ja hier Heizium Hit Ne Rit ist das Ne gibt's nicht also nicht das ist Platten das war ähm das ist kein Erz das sind Platten es gibt einmal die Erzversion einmal die Platten das Ding ist halt an den Platten ist dass du ja praktisch keine Sortiermaschine brauchst sondern wenn du das Bergwerk drauf stellst dann kommen da direkt die Erze raus die da aufgelistet sind und zwar in diesem Fall niedere Mischerze das ist ein bisschen kompliziert ok aber warum Geheimer Typus was was es ist ein Geheimer Typus tipp dir mal den Geheimen Typus ein äh wie heißt er RK8 genau RK8 aha ach krass das hab ich jetzt wirklich auch noch nicht gesehen gehabt aber das kam jetzt mit dem neuen Erzgenerator dazu oder genau das ist ein neuer Namensgenerator krass guck mal hier hier sind ja echt geheime Typus dabei ist ja übel auf gut Deutsch der gute Entwickler des Mod-Ties wusste keine Namen mehr für die Erze und hat dann hier Buchstaben und Zahlensalat gemacht aber ok ne das ist schon geil neuer Namensgenerator ja aber ist schon schick also ja hier ja also was ähm Geheimen Typus wissen willst was eine neue Seed halt bringt dann musst du direkt ähm einen Kartengenerator aufmachen weil dann siehst du ja kannst du ja alles angucken Eisenditan Mondkohle hier gibt's Mondkohle Mondkohle aber ihr seht ich hab jetzt hier diese diesen Holzfäller Dings von 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 nicht wieder gefunden dafür geheime Typusse die ich vorher nicht kannte also äh man findet hier immer irgendwas äh Kohle Eisen ist also so richtig sehr unspektakulär dieses Mal ähm ganz immer ähm aber ich wollte nochmal dieses äh äh synthetische Ding hier synthetische Gehärtete Carbonstruktur Flusssäure und Rohöl ja das sieht äh leicht teuer aus ja auch leicht teuer also auch die Forschung 2500 hier sind schon Weltraum Forschungsteile dabei 12.000 schon mal um das um das um dann gehärtete Carbonstruktur und Flusssäure hier braucht man kein Öl aber so aber ja okay dann finde ich das teuer genug und man bekommt es auch recht spät ne muss man auch sagen äh man bekommt es auch recht spät das heißt äh es macht für mich schon Sinn den Haken rein zu machen weil man bekommt es so spät und das ist auch so teuer also diese gehärtete Carbon Carbonitstruktur kann man ja gehärtete kann man ja mal zeigen was man da braucht Moment äh gehärtete Carbonitstruktur hier Herstellung das ist nicht wenig was man hier braucht ne also das ist schon schon leicht übel und das ist für eine was man hier braucht das sind 800 Items 825 für eine also das das ist das ist ja das ist teuer das kann man teuer nennen ja das stimmt das ist wahr aber ähm ja und hier kann kann man ja nochmal zeigen weil wir vorn so drüber gegangen sind hier sind diese Inszenen Plus Plus Felsen also einmal der Eisenfels der gibt den rohe Eisen und Eisenplatten der Kupfer äh Felsen der eben Kupferplatten und Erz gibt und hier hier drüben der Kohlefelsen wo ich sehe gerade die Seed die du jetzt hast die hat auch wieder Kristalle auf der Map drauf ja genau du hast zweimal Kristalle bekommen ich glaube der Kartengenerator mag dich nicht auch die Kristalle kann man abbauen das ist ja nicht das immer die falschen Seeds ausgesucht ja ne also Spektakuläres hast du mir jetzt noch nicht gefunden was was wäre denn Spektakuläres da gibt ja noch einige andere Möglichkeiten es gibt ja nicht nur Kristalle es gibt äh Flürze es gibt ähm Erscheinungen es gibt Geistererze es gibt dies das jenes ja Geistererze habe ich schon mal gesehen jetzt Geister Flugeisen das ist aber kein Geistererz das ist einfach nur Eisen Erscheinungen hast du noch gesagt oh da sind Erscheinungen die siehst du auch oft die siehst du da musst du ein bisschen rumlatschen denn sie wirst du wahrscheinlich sehen ähm jede Menge Erscheinungen die wirst du sofort sehen wenn du sie wenn du sie siehst also rumlatschen auf der Karte wirst du sie hier wird man sie nicht sehen weil sie nie wirklich angezeigt werden oder was doch hier unten Erscheinung doch ich habe hier unten eine Erscheinung gefunden die ist direkt hier unten genau Erscheinung hier Beta Sekundi Ferrit Erscheinung die sieht man ja so überhaupt nicht das ist ja ein bisschen hellerer Boden der ist animiert wie animiert guck doch mal hin dann siehst du dass das da so ein bisschen Gott stimmt wie als würde der Leben wie so Wellen vom Wasser oder Wolken die drüber ziehen stimmt und lese mal die Beschreibung in der richtigen kann nur mit elektrischen Erzfördern betrieben werden du brauchst elektrische Erzförder dafür du kannst sie nicht mal eben so einsammeln mit Mineralien das geht nicht und per Hand auch nicht ach krass okay okay und da hast du wieder die Wurzeln da unten die kann man nur mit nur mit Befeuern ja das ist natürlich das ist auch so schick dass man wirklich dann die unterschiedlichen Varianten braucht hier ist auch noch mal geheimes Erz was aber unkristall ist weil man nicht drüber laufen kann ja also wie gesagt es ist was hast du noch gesagt was irgendwie Erscheinungen hat man jetzt Flöze also F-L-Ö-Z Ö Flöze dann Sporen und das mit O gibt's nicht und Teich gibt's nicht okay dann gibt die er sieht das halt nicht her Mod synchronisieren und anschließend laden äh hä hä okay ja drück einfach bestätigen so bestätigen so dann gucken wir mal in die die ich hatte ob's da vielleicht zufällig drin ist ansonsten könnt ihr das gerne auch ausprobieren aber ihr werdet wahrscheinlich also theoretisch müsste es möglich sein dass man alle verschiedenen mal auf einer Map hat ne aber praktisch unwahrscheinlich also du hast für jedes Spezialding hast du ne Chance von 50% das heißt wenn du alle 6 bekommst ich glaub 6 oder 7 sind das hast du ne Wahrscheinlichkeit von 10% oder so wenn du dass du das alles auf einer Map bekommst okay so dann gucken wir mal hier Erscheinungen nö hab ich nicht so dann hat's Detail Teich warte mal jetzt muss ich hier wieder reingehen Teich hab ich auch nicht Sporen ne scheinbar auch nicht Unterscheinung hast du auch nicht ne ne das war das ja hattest du geguckt ja und Flötz hattest du auch nicht Flötz Flötz ne also du hast eine ziemlich langweilige Seed ausgesucht ne das ist dir klar ne ja was heißt langweiliges Ding ich hab die Kristalle ich hab hier das Läufers Goldkristall und so ne von Venus Trauerkopfererz und so Marskohle was definierst du denn als spannenden Seed ein spannender Seed das ist die Frage eigentlich eigentlich hat er alles von Nachteilen ne richtig das ist es ja wobei Kristalle schon sehr herausfordernd sind weil man halt nicht drüber laufen kann und so und wahrscheinlich auch nicht drüber bauen nein natürlich nicht die die Kristalle machen die das schon schwierig wenn jetzt ein ein Main Bass haben möchtest dann nein die Kristalle sagen einfach nur nein ja das holt ihn aber so ein bisschen aus der Wohlfühlzone raus sag ich mal ja wenn dann Leute sagen du darfst keine Erz überbauen die Kristalle stimmen dir dazu so wenn ich jetzt hier mal neu Spiel gehe und das Ganze hier auf Mod Einstellung und sage jetzt hier 1000 dann ist ja die Wahrscheinlichkeit höher dass ich das mit rein bekomme dann wird das ähnlich sein aber nicht gleich sein du bekommst die extra Sachen nicht rein wenn du jetzt auf 555 nicht hattest wirst du auch auf 1000 nicht bekommen also die Spezialsachen ok also müsste ich noch den den Misch Erzieht abändern du müsstest den Seed ändern dann kriegst du die anderen Sachen auch rein eventuell ja aber wenn ich wenn ich mehr als Wahrscheinlichkeit habe die da drin sind und ich den Misch Erzieht jetzt auch noch ändere nochmal dann müsste ja die Wahrscheinlichkeit steigen desto wahrscheinlicher dass da Erscheinungen dabei sind nein 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 ab ungefähr nein eigentlich schon ich glaube ab 30 ist grundsätzlich so was was du mit 100 Ärzten nicht hast wirst du auch mit 10.000 Ärzten nicht bekommen okay wenn du das mit 100 Ärzten bekommst wirst du es auch mit 10.000 Ärzten mehrfach bekommen weil manche Sachen sind grundsätzlich dann ausgestellt je nach sieht manche Sachen sind halt drin und kommen dann immer wieder vor wenn du mehr Ärzte rein nimmst dann werden diese Geschichten auch mehrfach drin sein aber Spezialsachen was nicht bei 100 Ärzten drin ist wird auch bei 1000 Ärzten nicht drin sein Also wenn die Ärzte oder die verschiedenen Arten der Ärzte nicht gefallen wenn eure Misch Ärzte dann habt ihr die vielleicht beim nächsten drin ich habe jetzt hier 1000 eingestellt kann nochmal aufgehen neue Spiel da ploppt es hoch so 1000 und einfach 1 bis 6 eingegeben und ich sage jetzt mal spielen und mal gucken wie lange er braucht um 1000 Ärzte zu generieren jetzt gar nicht mal so lange wie siehst du sofort dass ich Kristalle drin habe da habe ich doch eben gerade gesehen als das Spiel gestartet wurde da habe ich habe habe ich hier zumindest drin ja eine Menge Eisensalz Eisensalz erscheinung ja so okay dann hat man noch Teich auch nicht nicht na ohne das T am Anfang ja auch wahrscheinlich nicht oder was das schon wieder mit Öl jetzt ne hast du schon wieder nicht drin heute ist dein Glückstag was gab es dann noch Sporen ne ja jetzt aber dafür Sporen Sporen hast du jetzt drin auch davon massenweise so was da mal drin ist wird auch öfters wendet Sporen wirst du nicht als Erze finden sondern so als einzelne Punkte genauso die Flüssigkeiten ne Flüssigkeit Wurzeln da schwer Schwermatsch Wurzeln hast du nie auch auf Screen irgendwas vom Matsch erzählt wie gibt es Hamstermatsch aber Wurzeln genauso wie Sporen sind halt so einzelne Punkte ne keine ich du hast richtig gute Platten ja ne C C ne C Zahrerum oh Gott ich kann es nicht mal aussprechen Zahrerul Löm Lapid Kristall lateinische Namen Schwermatsch Wurzel befeuerten was 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 macht denn Schwermatsch Schweröl und Matsch es gibt Matsch ja manchmal wenn du siehst dass Hoolest hast Matsch drin Matsch Matsch Kupfererz und Matsch und was macht man aus dem Matsch ach das ist so Lotterie oder was das ist eine Lotterie genau scheiße geil du hast eine Lotterie ja das ist ja cool wenn du siehst hast die so was her gibt ich glaube bei der anderen sieht wo du die sechs mal die fünf angegeben hast da hast da glaube ich kein Matsch drin ja geil das ist natürlich cool so eine Art Lotterie ja zwar immer nur hier geringe Wahrscheinlichkeit dass das rauskommt also Wasser kommt immer raus wenn ich das richtig verstehe kann es aber auch sein dass keins der fünf rauskommt genau das kann auch passieren weil das sind ja nicht 100% hier das sind ja nur 40 50 60 Prozent so um die Dreh würde ich sagen ich habe jetzt ich habe zum Beispiel eine Seed eben gerade bei Mühe startet da sind wirklich Teiche dabei Teiche und Erscheinung ok dann gib mir mal gleich den Seed Moment Einstellungen Mod Einstellungen ich mache auch mal wieder hier auf 555 obwohl 1000 ging ja auch relativ schnell aber den den Mischert Seed den brauche ich halt damit wir euch auch nochmal die Teiche zeigen können so ich habe sie gerade auf ok geschrieben ob das übelst geheim ist müsste das eigentlich sein das kann man so also beschreiben kann man das besser machen ja ja so bestätigen dann wirst du auch Teiche bekommen aber leider keine Flöze die weiß nicht ich weiß nicht wie ich ja egal es sollen ja die Leute auch noch was entdecken was wir jetzt nicht zeigen ja Flöze werden sie entdecken aber wie sagt ihr könnt hier gefühlt unendlich mit diesem Mott rum basteln erst entdecken gefühlt und die namen sind halt total witzig kurz geschaut ob es noch drin ist ja so spiel start und sieg also erscheinung hast du es auch wieder aber irgendwie müssen es teiche sein wie stellen sich teiche da wie erze also also als hier lauerndes lauerndes wertvolles kohle das ist schon mal sehr ein bisschen rum also die teiche wirst du sehr sehr stark erkennen an der an der grafik also lauf einfach mal ein bisschen rum und dann wirst du finden wahrscheinlich ja aber titan klumpen kristall habe ich hier auch wieder dabei wird es halt gerne manchmal verbirgt sich das halt hinter namen wie geheimen typos oder so ne ach so okay obwohl man müsste es ja eigentlich hier auch finden teich aber das sind doch flüssigkeiten warum latschen du wirst es sehen dass es wieder was anderes ist irgendwann wirst du da ein paar finden ich sag dir bescheid wenn du wenn da welche sind okay dachte du jetzt auf deiner map ist ja das teil ich habe zwar die ich habe zwar auch teiche ist auf meiner map drauf aber du hast ja trotzdem aneinander sieht deshalb weißt du ja nicht wo die bei dir sind ach so okay manchmal sind ja auch ein bisschen also weil der erzgenerator halt manchmal so ein bisschen ja da ist ein bisschen unten machen übrigens auch andere geräusche wenn du darüber latsch ne okay kann sein dass sie jetzt zu leise sind hier dieses teil ja genau eigentlich das ganze felder aber es ist halt jetzt halt nur einzeln aber diesen halt genauso ärzte komplette felder nur mit pumpen und bei der aufspaltung kann auch etwas rohöl rauskommen banden bands 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 im 18 ne ich will ja hier nur steht dass da bei der aufspaltung kommt auch etwas rohöl hervor aber was kommt denn sonst da noch raus. Ach, Gold, Schrott und Stein, ja, okay. Okay, Gold, Schrott und Stein, okay, alles klar. Okay. Interessant. Eigentlich sind das auch ganz große Felder, ne? Dass jetzt die zwei Einzelnen nur sind am Rand. Ja. Eigentlich sind das auch ganz große Felder und dann kann man auch drüber latschen und dann wirst du auch das auch hören. Aber das wird innen hier gar nicht so angezeigt, weil man gar nicht so drauf kommt hier. Ich könnte jetzt natürlich auch ein bisschen hier zur Seite laufen nochmal. Du hast auch ganz viele Teiche jetzt. Aber das sieht man gar nicht hier, ne? Ja, weil es halt alles so am Rand so ist und dann halt der Map-Generator, der haut halt ganz viele Erdsehme auf einen Haufen und dann hast du halt noch sowas am Rand. Morden, Aqua. Okay. Starke Ölflüssigkeit, ja, okay. Geheime Daten wieder. Das sind die geheimen Daten. Immer diese geheimen Daten. Ja, ne? Geheimes Erz. Also, ja, also, ich mag es auch immer, hier über diese Karte zu gehen, aber wenn ihr dann ein Erz, ihr müsst ihr halt am Anfang wirklich suchen, welches Erz gibt euch Eisen, welches Kupfer und dann müsst ihr es noch in der Forschung suchen und dann, ach je, da brauche ich ja 500 rote Fläschchen dafür oder so und schon wird es langwierig erst mal. Also, lustige Namen, Silbererzkristall, hier auch wieder Kristalle dabei, Graustein, aber ja, man hat hier halt jetzt wirklich hier auf dem Seed haufenweise Teiche dabei. Ja, hier Schweröl, Kupferschrott, Goldschrott. Man kann hier halt wirklich eine ganz andere Ölindustrie aufbauen. Da kommt immer nicht, da kommt nur sehr wenig Öl raus. Ja, natürlich, aber, also, im Verhältnis, Verhältnis, kommt da sehr, sehr wenig Flüssigkeit raus, manchmal sogar nur Wasser oder, oder so ein Kram. Ja, man hat ja hier gesehen, hier ist die Menge 67 und hier sind es 87. Genau, es wäre eigentlich viel mehr, weil das halt, ähm, alles halt immer komplette Felder sind, ne? Und da muss man halt die Puntnäme umsetzen. Ja. Das ist, das ist so ein Ding, was, äh, also Teiche-Kombo am meisten in, äh, in 10++, weil die halt auch, weil die den Spieler so ein bisschen nerven wollen. Ja, also auf jeden Fall, äh, ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich werde wahrscheinlich davon auch ein paar Videos dann, äh, hier dieses Jahr 2022 von mir sehen, weil, äh, ich hatte das schon letztes Jahr vor und immer war es irgendwie, ach nee, jetzt habe ich gerade das oder jenes und jetzt sage ich mir scheiß drauf. Jetzt hat das mal Prio, weil das hat es einfach verdient, weil ich, ich habe den Mod ehrlich gesagt auch noch nie so weit gespielt, dass ich irgendwas auf Tier 16 hatte oder Tier 14, was das höchste ist. Muss man auch nicht haben. Muss man nicht, kann man aber und will man aber. Und das ist, äh, das ist schon extremes Nach-Endgame-Content. Also das ist, äh, und, und ich will diese Grenzwissenschaften haben. Ich will Grenzwissenschaftler haben. Grenzwissenschaftler. Da hast du ja danach die Tabletts und, und halt, die ganz schnell Fließbänder und so ein Kram. Ja, aber, ach, ja, ich, ich weiß, ich bin ja, ich bin ja selbst ein bisschen verrückt im Kopf. Ich weiß. Da gibt da einige, ähm, Forschungen, die ziehen richtig hart, äh, an Ressourcen. Hier ist doch bestimmt Uran drin, wenn das so flackert. Diese, diese schönen, diese schönen, äh, nein, die Kristalle leuchten ab und zu mal so, wenn sie Lust haben. Echt? Ja. Okay. Äh, äh, es gibt eigentlich niemals Uran-Kristalle, weil Uran ja etwas ist, was halt mit, ähm, was halt mit, äh, Schwefelsäure abgebaut werden soll. Und, äh, und nur die normalen Erzförderer haben Schwefel. Also, äh, mit Schwefel abbauen, ne? Also, das gibt es, ähm, bei den, äh, Uran-Ärzen halt nur normale. Okay. Ähm, also, es wird ja die Spielbalance ein bisschen zu extrem. Ja, also, ihr seht hier, hier müsst ihr halt die ganzen Erze einzeln erforschen und hier bei Biologie habt ihr dann die Sortiermaschine, die ihr dazu braucht. Die kriegst du bei den Erzen aber auch schon. Bei jedem Erz ist die Sortiermaschine dabei. Ach so, das ist neu. In der älteren Version war das nicht so. War das auch schon so. Echt? Das ist mir nie aufgefallen. Okay. Gut, okay. Wenn du die FPMM-Mod nicht mitlädst, also nur die Grundversion hast, dann hast du, äh, Ressourcensortierung als extra Forschung. Okay, alles klar. Und, äh, hier in diesem Datenlabor, das braucht man ja dann, um diese weiteren, äh, von deinem Mod hier zu benutzen. Datenpaket der Zerstörung und so. Die muss man ja in diesem Datenlabor machen, ne? Das sind einfach, das sind einfach nur, äh, simple Forschungen. Die bringen auch nicht viel, das ist dazu da, mit deinem Überschuss, Gold, Silber und, ja, das sind immer nur kleine Schritte, das sind immer nur, nur Mäuse-Schritte, ne, sag ich mal so. Ja. Was, was, was sehr teuer ist, das sind die, ähm, das, das sind die, äh, Prämierung, das sind, das sind die, äh, Inventarkompressionen. Hm. Die hier. Das sind die, das sind die, nein, das sind die, das sind die Berechnung für die Inventarplätze, genau das. Aber Inventarkompressionen, das sind die teuersten, äh, Forschungen, die du da in der Mod hast. Okay. Die nicht zu den endlosen Forschungen zählen. Richtig, weil endlose Forschung gibt's ja auch nochmal. Äh, das hier war ja auch von dir, dieses, das ist mir nämlich aufgefallen, weil ich dachte, hä, Coverex-Anreichung jetzt doppelt drin? Achso, Neodym, ja, Neodym-Alchemie, das ist aber auch nur in manchen Seeds drin, das ist nicht in allen Seeds drin. Mhm. Das ist, äh, Neodym ist, wenn FEPMM dir, äh, halt dieses Neodym-Material gibt, er gibt noch eine andere Version, das kannst du an, äh, also Kupfer aufwerten, das hier kannst du in Neodym, das kannst du in, in diesen drei Edelmetallen, äh, sag ich mal, äh, äh, verwandeln. Mhm. Das ist, das kriegst du aber auch nicht, weil jeder sieht, nur ab und zu mal. Okay, cool. Okay. Äh, ja, eine Tafel des Lebens, äh, also wenn du stirbst, behältst du alles, oder was sagt die Tafel dann aus? Wenn ich das jetzt... Ne, die Tafel sagt nur aus, ähm, klick mal drauf, und dann... Einmalig den Tod zu entrinnen. Genau, und dann wird die Tafel dabei verbraucht. Also wenn man gefühlt zehn Tafeln drin hat, kann man zehnmal sterben, bevor man wirklich stirbt. Genau, und dann siehst du den Spalten zehnmal nach unten gehen, wenn du, wenn du in den Monstern stehst. Sehr geil. Aber das ist ja cool. Da kann man ja, wenn man auf Kampfmissionen geht, sein ganzes Inventar mit den Teilen vollkloppen. Zählt das dann eigentlich, das schießt mir jetzt gerade durch den Kopf, ich weiß nicht, ob du das schon mal getestet hast, wenn du, ähm, mit einem Spider-Tron rumläufst und das im Spider-Tron drin hast, wird dann der Spider-Tron, wenn der kaputt geht, auch wiederbelebt? Nein. Ich glaube nicht. Das habe ich so noch nie ausprobiert, weil die Tafel des Lebens ist schon viel älter. Okay. Und dann ist das Spider-Tron, ich habe das noch nie ausprobiert. Okay. Sollte aber eigentlich nicht so sein. Wer mal so ein Versuch, das mal auszuprobieren. Sollte eigentlich nicht so sein. Und dann gibt es noch Wiederbelebung. Dann brauchst du einmal, dann brauchst du diese zweiten Tafel, dann kannst du die zusammenbauen. Ach krass. Also einmal die Vergeltung des Lebens. Ach krass. Okay. Und die Vergeltung sagt eigentlich nur dazu aus, wenn du stirbst, dass die die Schaden zurückgeben. Dann nimmst du ein paar Monster mit, weil die Tafel der Vergeltung haut halt Schaden raus in jedem Moment, wo du stirbst. Okay. Und dieser Upgrade-Satellit, der ist ja schon übel an Produkten, der da braucht. Aber gibt dann halt 100 von den Weltraumforschungen von deinem Mod-Paket, was man dann für die ganzen anderen Update-Dinger braucht. Also das ist hier so ein Flaschenhals, der mir aufgefallen ist. Flaschenhals. Nee, Flaschenhals sind falsche wie so eine Sandohr. Drüber hast du haufenweise breite Forschung, dann geht das zu einem ganz einzelnen Punkt zusammen und dahinter geht es wieder breit aufgefächert los. Also das ist übel. Das ist so eine Key-Forschung. Muss man echt sagen. Brauchst du keine, brauchst du auch, du brauchst es ja gar nicht, weil du brauchst es ja nur, wenn du Stufe 5 machen willst oder höher. Ja, okay. Für ein Raketen zu starten, brauchst du das nicht. Ja, aber ich brauch's. Ich brauch's. Ich bin da ehrlich. Ich brauch's. Nee, also wie gesagt, ihr habt glaube ich jetzt einen kleinen feinen Überblick hier über die ganze Sache bekommen und ja, ich glaube, ich weiß ja nicht, wie weit du jetzt was dazu sagen willst, aber ich glaube, du arbeitest ja noch weiter nicht nur an den Mods, sondern auch an anderen Add-ons für FPP noch. Ich weiß nicht, kannst du da schon was sagen oder willst du schon was dazu sagen? Dazu kann ich dir eigentlich nur sagen, ich hab zwei weitere Mods und Planungen, also zwei weitere Add-ons. Wie die jetzt genau aussehen, kann ich noch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie weit ich damit kommen werde. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme. Wenn ich das hinbekomme, so wie ich das haben möchte, also mit FPP-MM, da saß ich auch ein bisschen länger dran, hab mir überlegt, wie mach ich das am besten. Lieber ein bisschen länger als zu kurz. Weil das ist ja kein Pappenstil, also was man da so macht mit FPP-MM. Kann ich ja mit Fug und Recht behaupten, dass ich die Mod erstellt habe mit den meisten Ärzten. Oh ja. für Faktorio auf der ganzen Welt. Also ich glaube, das ist nichts anderes. Absolut. Und das war schon ein ziemlich hartes Projekt und dementsprechend möchte ich meine anderen Mods auch ein bisschen variationsreicher machen. Ich werde eine Mod herstellen, die die Vanillerezepte verändern, halt weitere Komponenten hinzufügt in den Vanillerezepten, aber da halt auch zufallsbasierend die Rezepte anders verändern wird. Man wird halt ein Seed eingeben und dann wird es je nach Seed andere Metalle, zusätzliche Metalle zum Beispiel geben, zum Beispiel Blei oder das Seconium oder das Periodensystem mit Elementen sehr lang. Da geht ja jede Menge Seconium und dann halt die Seed wird auch hinauslaufen zu sagen, was kannst du aus diesem was musst du aus diesen Metallen herstellen? Kann zum Beispiel passieren, dass du Bleizahnräder herstellen musst oder kann auch sein, dass du Kupferzahnräder herstellen musst oder kann auch sein, dass du Seconiumzahnräder oder Seconiumhalbleiter herstellen musst, solche Kram. Natürlich muss man das ein bisschen realistisch sehen. Bleizahnräder wirst du wahrscheinlich nicht so oft bekommen, weil es knirscht so schön, das mag keiner. Aber Seconium ist auch zum Beispiel ein sehr nettes Metall, das, ich glaube, das wird bei den Uranverarbeitungen eingesetzt. Genauso wie viele andere Metalle, Zinn, Zink, Plutonium und all die ganzen Sachen. Also auf gut Deutsch, ihr seht, er ist dran, er hat noch Ideen und er bleibt am Ball. Also ihr könnt das völlig entspannt hier anfangen zu zocken. Das lohnt sich absolut und wenn ihr selbst noch sagt, das oder jenes, wäre noch cool, wenn das dazukommt oder das würde noch fehlen, weil dann könnte er ihm das sagen, er ist da offen für konstruktive Kritik, wie man immer schon so sagt, oder innerbetriebliche Verbesserungsvorschläge, das ist ein viel schöneres Wort, dann könnt ihr ihm das mitteilen, dann macht er sich darüber im Zweifel Gedanken oder sagt, wie ihr vorhin es gehört habt, eiskalt nein und dann ist die Sache durch. Also er beißt nicht, er tut nur so. Ich habe ja einen eigenen Channel, also meine Mod hat ja einen eigenen Channel auf dem Discord von Naprisos. Genau, also da könnt ihr ihm voll spammen gefühlt. Also es ist wirklich auch krass, da muss ich auch sagen, deswegen, ich mag nicht nur diesen Mod, ich mag auch die Art, wie eben auf bestimmte Sachen darauf reagiert wird. Also ich hatte mal, das ist mir im Kopf geblieben, einen Fehler, irgendwo einen Bug gefunden bei irgendwas, ich weiß schon gar nicht mehr was, den habe ich abends irgendwann so 19, 20 oder 20 Uhr ihm geschrieben hier, pass mal auf, da ist ein Fehler, das könnte ein Bug sein und nächsten Tag 16 Uhr oder so, also wie gesagt, es hat nicht mal 24 Stunden gedauert, da hat er dann schon ein Bugfix gemacht und es war schon krass. Also wie gesagt, wenn ihr da, da habt ihr wirklich Top-Kontakte und könnt dann dementsprechend das auch im Zweifel mit bearbeiten, den Mod im Zweifel, wenn es eine geile Idee ist. Von daher gesehen, hat es mich auf jeden Fall erstmal gefreut, dass ich hier die Möglichkeit hatte, mit dir mal den Mod so zu zeigen und die Einstellung mal durchzugehen. Ich bin auch gespannt, ich werde mal ein paar Seeds mir durchprobieren und dich vielleicht auch nochmal rückfragen, welcher vielleicht ganz witzig ist, weil man verschiedene Varianten dabei hat oder wenn du mal einen Mod hast oder ich einen Mod habe, wo wirklich alle diese sieben oder acht verschiedenen Varianten drauf sind, also hier von Spuren, Flöß, Teich und was weiß ich, dann können wir ja diesen Seed auch mal posten. Vielleicht ist der ja dann auch ganz interessant, wenn man alle Varianten dabei hat, aber bis jetzt, also Stand jetzt, Zweiter, Erster, 2022 haben wir keinen Seed gefunden, der alle hat. Da gibt es ja auch noch die ganzen Zwischenprodukte und so, zum Beispiel Stahlreste, Stahlschrott und so, da gibt es ja noch jede Menge andere Zwischenprodukte. Es gibt zwei neue Musitionsarten, es gibt jede Menge Kram, das Neodym, was du gesehen hast, gibt es auch oder Beschleunigerärzte. Das sind alles so Sachen, die manchen sieht es drinnen sind, manchen sieht es nicht. Genau. Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt hier schon über eine Stunde euch das gezeigt und sind gefühlt immer noch nicht am Ende. Von daher gesehen, es gibt für euch hier immer noch wahnsinnig viel zu entdecken. Wir haben euch gefühlt die Spitze des Eisberges gezeigt und deswegen würde ich es auch dabei jetzt belassen. Sonst, ihr könnt ja mal in den Kommentaren drunter schreiben, ob ihr es bis hierhin durchgehaltet habt. Ansonsten hat es mich auf jeden Fall gefreut, dass ich hier so einen Mod mal vorstellen konnte mit Mod-Entwickler, weil der, muss ich schon sagen, mittlerweile liegt er mir ein bisschen am Herzen. Ich finde ihn schon richtig gut gemacht und ich will den und werde den versuchen, 2022 mal in dem Sinne durchzuspielen, dass ich wahrscheinlich, ich tippe mal drauf, die Drohnen auf Level 14 oder 16, was die Endstufe ist, zu haben, dass ich mindestens eine davon rumfliegen habe. Und diesen Zug, der reizt mich natürlich auch, aber das wird dann wahrscheinlich zweitrangig. Aber mit den Drohnen, das kann ich dir schon mal fast versprechen, ich als Drohnenfetischist wertversuchen, den auf höchstem Level zu bringen. Der wirst aber ordentlich Struktur dafür bauen müssen, weil die Drohnen, wenn die auf Stufe 14 sind, die bewegen sich ja schneller, verbrauchen mehr Energie, dann wirst du am Ende ja ordentlich Roboterhangere aufbauen müssen. Ja, ja, kommt Zeit, kommt Rat. Du, ich schrecke davon nicht zurück. Wer mich kennt, bei meinen Traum-Map-Let's Play, EZL und Co., ich habe da mit Gigantismus habe ich kein Problem, wenn ich mit meiner Traum-Map-Let's Play fertig bin, da gibt es die Kategorie Mega-Maps, das sind dann alle anderen und dann gibt es die Aprisos-Generation. Also von daher gesehen, alles gut. Also mit irgendwelchen großflächigen und langwierigen Sachen habe ich kein Problem. Von daher würde ich jetzt auch sagen, machen wir es jetzt kurz und knackig und sagen, ich kann nur noch mal sagen, danke, dass du dabei warst und dass du mir diese hier und da erklärt hast und gezeigt hast. Das war auch für mich sehr interessant und in dem Sinne sage ich mal, bis denn dann, euer Aprisos. Bist du noch? Ja, natürlich.